Guten Morgen! Ernte alle verblühten Pflanzen und pflanze deine in Herbst! Zart! Es ist Herbst! Yay! So, wir haben Post! Oh, wie schön! Neue Versandverträge verfügbar! Hey, Herzchen! Heute ist wieder der schönste Tag der Woche. Neue Schiffe im Hafen bieten neue Verkaufsmöglichkeiten. Wirf einen Blick auf die neuen Versandverträge an der Tafel. Da schreit nach Umsätzen. Garde, die Versandlagerbesitzerin. Toll ist Newsletter! Endlich ist Herbst! Also Rihanna! Und ihr wisst, was das bedeutet? In jeder neuen Jahreszeit könnt ihr neue sessionale Pflanzen anbauen. Im Herbst gibt es rote Beete, Rotkohl, Kürbisse und mehr. Schaut einfach im Laden vorbei und schnappt euch den Verwandlungsdünger. Und wenn ihr mehr Zeit als Geld habt, könnt ihr auch euren eigenen herstellen. Ich freue mich schon darauf, eure Herbstende zu bestaunen. Ja, als erstes brauchen wir mal ein Getränk. Ein wärmendes Getränk. Da haben wir einen. Was mache ich denn immer? Den hier übertragen. Und hier haben wir zwei, die nehmen wir mit. So, die Sachen können wir wieder alle reingeben. Ähm, das, das. Und das ist das Sausisch-Ding. Ja, okay. Falsch. Hier, dann ö ö ö ö. Denken wir gleich mal einen, dann ist uns warm. So, bin ich voll schade. Tchum. So. Weg damit. Und die hier können wir alle zurückholen, eigentlich. Okay. Ja, das machen wir jetzt dann gleich. Boah, das sieht gut aus. Das heißt, wir brauchen wieder Kartoffeln. Ähm, Feldsamen. Die Rüben. Die Rüben brauchen wir, die Kartoffeln brauchen wir. Die und die. Ähm, dazu den hier und den hier. Ähm, Rüben. Müssen wir unten nochmal Rüben kaufen. Und hier haben wir den normalen Dünger drauf. Die Kartoffeln. Haben wir hier hin. So. Dann müssen wir den hier. versetzen. Und die holen wir zurück. Und dann brauchen wir da noch welche. Und den hier holen wir zurück. Kann ich eigentlich den Brunnen, den kann ich nicht verschieben. Oh. Ruckzbären. Was? Wie cool. Okay. So, Kartoffeln. Hier, mach mal. Nein. Entfernen. Und hier kommen die hin. So, Dünger. Da haben wir jetzt nur noch zwei. Und dann brauche ich ein Feld noch. Und wir probieren. Und wir probieren. Da machen wir eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und den holen wir zurück. So, hier. Jetzt habe ich noch zwei Kartoffeln. Hier. Hier. Und hier. Mach mal die. Und die hier. Und die Dünger drauf. Okay. Kartoffeln und Rüben. Hallo. Und zwar bräuchte ich einmal Kartoffeln und hier. Hier. Dankeschön. Da müssen wir uns einen Versandauftrag holen. So, eine Kartoffel. Und drei Rüben. Gut. Das heißt, den Rest können wir reingeben. Essen nehmen wir mit. Die können wir reingeben. Die sehen aber cool aus. So, jetzt müssen wir hier mal noch zusammenräumen. Jetzt ist er schon wieder kalt. So, und trinkst halt einen. So. Dann haben wir hier unten nichts mehr. So, das muss weg. Gut, dann gehen wir rein. Holen wir uns noch schnell die ganzen Produkte von den Tyran. Südeli. So, und wenn ihr wollt, dürft ihr raus. Und wir gehen hoch. Boah, hier sieht's ja jetzt auch wieder aus. So. Zack. Was ist denn das? Also, warte. Mach mal so. Wilder, guter Mangold. Aha. So. Okay. Ist gut. Dann machst du es halt so. Okay, die nehmen wir noch mit. So, Deli. Warte mal. Ich würde tatsächlich gerne es gibt ja ähm ein Bienenstock, der dazu dient, dass die Obstbäume in der Nähe Setzlinge bilden. Brauche ich eine Bienenkönigin für. Ist der denn auch dafür da, dass da neue rauskommen? Oder kann ich hier kein Achso, warte. Habe ich überhaupt noch einen Dünger dabei? Nee. Warte. Nee, das geht nicht. So, dann haben wir alles rüber. Bienen haben wir keine. Mayonnaise. Wir holen uns jetzt mal einen Auftrag, beziehungsweise wir müssen auch Dings uns holen. Wieder Korallen, damit wir Dings bauen können. Äh, nicht bauen. Ähm. Nee, uns Dünger machen können. So, was haben wir denn? Meerestiere. Trockenfisch. Machen wir Trockenfisch. Das heißt, wir müssen angeln. Dann kommen wir mal wenigstens bei unserem Angel, ähm, Ding auch noch hoch. Hallo. So. Achso, das ist eine Freundesaufgabe. Das ist nur eine Freundesaufgabe. Nee, sorry, die möchte ich jetzt nicht machen. Ich brauche Korallen, Korallen, Koralli, Koralli, Koralli. Kammmuschel. Ist aber nicht noch doch neu. Okay, die Angelrute. So, jetzt, komm. So, verbessern wir wenigstens das mal. So. jetzt. So. wirst du wohl rauskommen. Sag mal. Ja, komm. Komm. Sie sind immer frech, die wollen nicht raus. So, ist jetzt noch einer da? Hoppla. So, wir trinken Honigvieh. Hier ist auch noch einer. verdammt. Aus. Fisch, komm. Fisch. So, dann haben wir hier auch gleich einen. Ich weiß nicht, wie viel das wir brauchen. Wir nehmen einfach ein paar jetzt mit. Obwohl, es ist eh schon wieder ultra spät. Wir schauen nach Hause und ich schaue, ob ich die Quest hier abbrechen könnte nochmal. Ich brauche Trockenfisch. Okay. Warte. Hallo. Kann ich die? Kann ich nicht mehr wegmachen? Shit. Okay. Hm. So, wo mache ich einen Trockenfisch drin? Achso, warte, die Korallen. Die können wir gleich bearbeiten. Sehr schön. Ähm, Trockenfisch. hier drinnen. Alter, was? 25. Okay, wir müssen weit mehr angeln. Zehn Stück habe ich. Okay. So, dann hier haben wir auch welche drin. Wir holen uns raus. Okay. Okay. so, Nein. So, und hier hinten schwemmt auch einer M. Warte. Nein, das hier ist blöd. Ist er jetzt noch da? Nee, sieht nicht so aus. Ah, verdammt. Warte mal, oben könnten wir ja auch noch schauen, oder? Da ist noch eine Arbeiterbiene. Jetzt. So, sonst ist hier nichts mehr. Die nehmen wir mit. Hier können wir, warte. Sehr cool. So, die Fische verarbeiten wir gleich. Warte. Das heißt, jetzt wird geangelt, was das Zeug hält. Du kommst ja da zu mir. So, die Fische. Hier haben wir drei Stück. Mach geht sie sich's nicht aus. Okay, der Dünger, der muss auch schon fertig sein. Dann können wir hier nämlich wieder draufschmeißen. So. Okay. Wir gehen ins Bett. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen. Wir gehen ins Bett. So. 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 So.